Ja, das ist ein Pell. Dankeschön. Meredith, gut gemacht. Du hast die Blutung gerade noch rechtzeitig gefunden. Es muss richtig furchtentflüssig gewesen sein. Vor allem nach deiner 72 Stunden OP und Unterbrechung, wo du ein komplettes Abdomen transplantiert hast. Das war bestimmt heftig. Ich weiß noch mein erstes Clipping. Damals war ich gerade 19. Ich habe mein Medizinstudium beendet und Waisenkinder vor mir trinken gerettet. Dort habe ich meine Adoptivschwester kennengelernt. Es hat sich herausgestellt, dass sie die Halbschwester meiner anderen Adoptivschwester ist, die auch hier im Krankenhaus arbeitet. Meine andere Schwester, naja, was soll ich zu der sagen, naja, ist ein bisschen komisch. Ja, wir haben hier eine Accessolie. Ich bräuchte ja einmal kurz drei Einheiten EP sofort bitte. Okay, so. Meredith, I put you so mine. Wow. Sehr gut, Meredith. Das ist ein Gerettet. Siehst du die Galerie da oben? Der Mann, der hin und her rennt? Betrunken? Das ist mein Vater. Er hat mich, als ich zwei war, in der Bar vergessen. Die Barkeeper haben mich aufgenommen und großgezogen, die arbeiten jetzt auch hier im Krankenhaus. Als ich irgendwann wieder nach Hause gekommen bin, hat er schon eine neue Familie gegründet und sich nicht mehr entschuldigt. Der Mann neben ihm, ist es mein bester Freund, er hat mit meiner Ex-Frau geschlafen, sie waren in Afghanistan und, naja, er hat immer noch starke PTSD, jedes Mal wenn er ein Ventilator sieht. Okay, schon wieder, es ist Dolly, drei Einheiten Epi und Klemme. Ähm, Meredith, mach ein Whipple. Was auch immer in diesem OP ablenkt, muss aufhören, so kann man nicht arbeiten. Wo waren wir? Dieser Patient hat seinen Sohn gerettet, ist für ihn vor einem Bus gesprungen. der am brennenden Helikopter ausgewichen ist. Er wurde dabei angeschossen. Ich weiß, es gibt keinen Sinn, aber ich glaube, ich liebe ihn. Ich weiß, ich habe ihn noch nie gesehen und er ist 95 und verheiratet, aber es ist mir egal, es ist mir verdammt nochmal egal. Ich muss ihn retten. Klemmen? 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 Grimmen? Mit dir? Du weißt. Tag. Der Fünfjährige, als das Flugzeug in die Fähre gecrashed ist. Und der Sechsjährige von dem Erdbeben, das mein Dorf zerstört hat. Und der Siebenjährige, als meine Adoptivschwester in dem Amoklauf gestorben ist. Und der Achtjährige, als ich meinen Adoptivsohn mit nur einem Buttermesser und Whisky zur Welt bringen musste. Und der Zehnte, als ich von einem Truck überfahren wurde und gestorben bin. Tun wir das nicht an! Komm, Meredith, starte mit der Reanimation. Nein. 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 Verdammt. Verdammt! Meredith, du kannst hier nicht alle wetten. Gib das seinem Sohn. Todeszeitpunkt 0 Uhr 2. Es ist offiziell. Niemand hat mir zum Geburtstag gratuliert.